Rainer, mit AI, mit dem Song, nichts verdient seit 5 Jahren, mächerlich und stur, kräftig wie ein Kind. D'andre für dich arbeiten, mach selber keinen Finger krumm, und deshalb bleibst du allen als ein Faulpads in Erinnerung. Das Sofa ist ein Hater, weil es einfach tiefer liegt. Es kann nicht daran liegen, dass du so viel wie ein Miff erfliegst. Dein Hals ist kein Organ, denn im Grunde existierte nicht. Das könnte man auch sagen, wenn man von deinem Pedis spricht. Du bist nicht musikalisch, ja dann doch eher überwichtigend. Und wow, du kannst die ersten zwei Takte voll für Elise. Was soll dieser Text sein? Selbstironisch. Das meiste, was du stört, das checkst du sowieso nicht. Zwei Monate Arbeit für den Song, bist du dumm. Verdammt, an diesem Text lass ich vielleicht eine halbe Stunde dran. Dein Beat ist lahm und die Mische, sehr kacke. Kleiner Tipp, frag das nächste Mal doch, Herr Bucket. Ankündigen und dann so einen Rotz liefern. Ankündigen und dann so einen Rotz liefern. Ankeliggen und dann so einen Rolls liefern und dann kommt nicht mal ein Retreat und dann kommt nicht mal ein Retreat